1 Liter Benzin kostet 2 Euro, 2 Liter Benzin kosten 4 Euro, 6 Liter Benzin kosten 12 Euro. Es handelt sich um eine direktproportionale Zuordnung. Die Werte werden in einer Wertetabelle dargestellt. Verdoppelt sich der eine Wert, verdoppelt sich auch der andere Wert. Verdreifacht sich dann der eine Wert, so verdreifacht sich auch der andere. Die Werte dieser Wertetabelle lassen sich grafisch darstellen. Dazu zeichnet man den Graph der Zuordnung. Als erstes legen wir uns ein Koordinatensystem an. Das heißt zwei Achsen, einmal x und einmal y. Die Achsen werden dann entsprechend der Werte aus der Wertetabelle beschriftet. In unserem Fall haben wir die Liter und den Euro-Wert. Auf der Achse markieren wir dann noch die Werte. Du kannst einen Abstand von einem Zentimeter oder auch zwei Zentimetern nehmen, je nachdem wie hoch eben der höchste Wert deiner Wertetabelle ist. Nun geht es ans Einzeichnen der Punkte, das heißt die beiden Werte aus der Wertetabelle suchst du auf den jeweiligen Achsen, also 1 Liter und 2 Euro. Wenn du diese beiden Geraden miteinander verbindest, erhältst du einen Schnittpunkt, habe ich gerade angedeutet, und dann hast du hier den gesuchten Punkt. 1 Liter, 2 Euro. Wir könnten bereits jetzt den Graphen zeichnen, denn das kannst du dir merken, eine direktproportionale Zuordnung ist immer eine Gerade. Wir zeichnen aber mal noch ein paar Mehrwerte ein, damit wir auch sicher gehen, dass wir alles richtig machen. 2 Liter auf der Literachse, 4 Euro auf der Euroachse. Du siehst hier, wie die Verbindung gegeben ist und an dem Eckpunkt dieser beiden Verbindungen ist unser gesuchter Punkt. Das genügt aber jetzt auf jeden Fall. Wir verbinden die eingetragenen Punkte und sehen, alles richtig gemacht läuft durch den Nullpunkt, denn 0 Liter wären ja auch 0 Euro, entsprechend die Gerade. Wenn du die jetzt eingezeichnet hast, ist es auch möglich, ohne Rechnen aus dem Graph Werte abzulesen. Das heißt, du wählst dir auf einer Achse einen beliebigen Wert. In unserem Beispiel nehmen wir jetzt mal 3 Liter. Und von hier zeichnest du waagrecht nach rechts, bis du den Graphen schneidest. Genau an dieser Stelle zeichnest du senkrecht nach unten und kannst in der Euroachse den zugehörigen Wert ablesen. 3 Liter wären also 6 Euro. Andersherum funktioniert das natürlich genauso. Du kannst auch bei 8 Euro senkrecht nach oben zeichnen und dann waagrecht nach links zur Y-Achse, also zur Literachse und dort dann den zugehörigen Wert, nämlich 4 Liter ablesen. 4 Liter – 2 Liter – 3 Mil ablesen